Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Panzerglas bzw. eine Schutzfolie auf sein Handy richtig anbringen kann, dass hier auf gar keinen Fall irgendwelche Luftblasen sind und einfach der optimale Schutz vorhanden ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier jetzt mal ein Samsung Galaxy S7 mit dem entsprechenden Panzerglashilfe und dieses werde ich jetzt auch einmal darauf montieren. Zuerst einmal sollte ich mein ausgestattetes Handy auf eine Anti-Rutsch-Matte legen, wie bei mir hier zum Beispiel die Rückseite von einem Mauspad. Anschließend öffne ich mein mitgeliefertes Reinigungstuch, entnehme dieses und hiermit kann ich jetzt mal den Bildschirm hier nämlich wirklich komplett sauber machen, bis hier keine Flecken mehr drauf zu sehen sind. Danach nehme ich das beigelegte Mikrofasertuch und trockne damit den Bildschirm auch einmal ordentlich ab. Wenn dieser glänzt, nehme ich mal mein Panzerglas hier zur Hand, hier steht auch nochmal drauf Back, was einfach für Rückseite steht und lege diese jetzt einfach mal richtig rum, auch ungefähr auf mein Handy drauf. Wichtig ist, man sollte jetzt den Bildschirm wirklich nicht mehr allzu oft berühren. Nun brauche ich mal diesen kleinen Sticker hier und den klebe ich jetzt mal in der Mitte hier auf der linken Seite von meinem Glas ungefähr drauf. Wichtig ist, dass hier auf der linken Seite jetzt auch noch etwas übersteht und dasselbe mache ich mit diesen zwei Stickern auch, nur dass der eine jetzt hier unten drauf kommt und der andere hier oben. Nun muss ich mein Panzerglas mal perfekt ausrichten, so wie es später auch drauf liegen soll. Ich orientiere mich hierbei gerne einfach am Rand, dass hier wirklich überall der gleiche Abstand zu sehen ist. Wenn es richtig ausgerichtet ist, halte ich das Ganze mal mit meiner rechten Hand hier am besten fest und jetzt muss ich diese Fixierklebeteile einmal mit der linken Hand ganz vorsichtig an mein Handy ran drücken und darauf natürlich achten, dass sich das Panzerglas nicht wieder irgendwie verschiebt. Danach schiebe ich mein Handy vorsichtig links über diese Klebeteile drüber, dass sie danach wirklich komplett an meinem Handy auch festkleben. Ich glaube, bei meinem Panzerglas hier jetzt einfach mal vorsichtig um, das brauchen wir zuerst einmal nicht und jetzt nehme ich mir noch diesen Dust Absorber, das ist auch nochmal so ein Klebepad, mit dem kann ich jetzt noch die restlichen Verschmutzungen bzw. auch den Staub hier komplett von meinem Bildschirm schön entfernen. Hierfür immer leicht auf den Bildschirm draufgehen und einfach wieder abziehen. Das mache ich jetzt mal überall noch am Bildschirm. Wenn meine Oberfläche jetzt wirklich komplett staubfrei ist, dann nehme ich einfach mal hier oben diese Trägerfolie beim Panzerglas und ziehe diese vorsichtig ab. Wichtig ist jetzt, dass ich wirklich das Panzerglas hier auf gar keinen Fall mehr berühre und natürlich auch den Bildschirm nicht mehr, da sonst jeder Schmutz danach unter diesem Panzerglas festsitzt. Jetzt achte ich darauf, dass meine drei Klebestreifen hier etwas auf Spannung sind, also das Panzerglas immer noch schön in seiner Position sitzt und dann gebe ich dieses einfach mal vorsichtig schön mit etwas Spannung hier auf meinen Bildschirm drauf. Es liegt jetzt auch schon und normalerweise sollte es sich von alleine hier schön festkleben, so wie man es bei mir auch gut sehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann einfach mal hier noch ganz vorsichtig mit dem Finger so leicht drüber gehen und der Klebevorgang wird automatisch gestartet. Wenn ich zum Schluss noch irgendwo Luftanschlüsse erkennen kann und der Wand ist noch nicht ganz fest, dann einfach mal noch das Mikrofasentuch von vorher nehmen und diese Luftblasen schön vorsichtig von der Mitte nach außen hinweg drücken bzw. den Rand hier halt auch noch etwas fester nachdrücken. Wenn wir das haben, muss ich jetzt noch meine drei Klebestreifen hier ganz einfach entfernen. Das kann ich jetzt auch schon etwas rauer machen und dann natürlich die Schutzfolie bzw. das Panzerglas auch schon fest sitzt. Und wenn diese drei unten sind, dann habe ich mein Panzerglas bzw. meine Schutzfolie auch schon richtig am Handy angebracht. Wenn du dir jetzt irgendwie so ein Panzerglas hier oder auch eine Schutzfolie für dein Handy für den optimalen Schutz bzw. auch gleich ein neues Handy zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäfthilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank.